Heute Abend startet der Halloween Cap. Wir überbrücken die Zeit mit Lauchsalot und die Frage, welche Pokémon spielen wir überhaupt im Halloween Cap? All das und vieles mehr erfahrt ihr wie immer in diesem neuen Video. Und solltet ihr neu sein auf dem Kanal, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, macht auch noch die Glocke an und dann sehen wir uns in meinen weiteren Videos. Ich danke jedem einzelnen Unterstützer. Und jetzt gehen wir auch schon rein in den Kampf. Let's go! So, Kampf Nummer 1. Wir starten in der Front mit Togegis gegen Garados. Ja, das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. So, wollen wir mal ein paar Scham rüber drücken. Ah, will er nicht. Geht er gleich raus. Hat er gemerkt, kommt nicht gut. Metergroße, unser Stichwort für Lauchsalot. Ah, da machen wir jetzt mal ein Geschnetzeltes draus. Nachthieb rüber. Metergroß. Mittlerweile kennen sie mich aber ein bisschen hier mit meiner Lauchstange. Wird gerne mal geschildet schon. Ah, du kennst mich nicht. In den letzten Kämpfen habe ich nämlich erlebt, dass wirklich schon meine erste Ladetacke geschildet wird. Weil sie wissen, was Lauchsalot so am Start hatte. Er wusste es nicht und das ist sein Untergang. Das werde ich wegschilden, die Psychikönese. Und dann haue ich ihn nochmal zweimal mit der Lauchstange. 1, 2, 3, 4, 5, ich haue dich da. So, weg bist du. Sehr schön, sehr schön. Hat mich zwar schon ein Schick gekostet, aber klar, gare das. Ja, ist recht, ist recht. Gib erstmal ein Nachthieb. Gib erstmal ein Nachthieb. So, alles treffen hier, alles treffen. Und Feuer frei und rüber damit. Weggeschildet, schön. Jeder ein Schild weniger. Dann nochmal eine Laubklinge. Nochmal schnelle Laubklinge. Wir variieren hier hin und her. Ganz egal, alles rüber damit. So, sehr schön. Hast du nämlich gedacht, dass das wieder Nachthieb war? War aber nichts, deswegen hast du nicht geschildet. Man hat richtig reingefetzt bei dir. Schöne Sache. So, wir lassen noch ein bisschen die Ohren da ticken. Wir lassen dann auch ein bisschen die Ohren da ticken. So, und rein wieder in Togekis. Und jetzt fahren wir wieder. Ah, du wechselst wieder. Macht nichts. Deswegen habe ich die Ohren da laufen lassen. Ich wechsle auch wieder. Guten Tag, da bin ich. Hallo Aquana. Ja, Garotas knabbert dir jetzt erstmal richtig was weg vom Ohr. So, Knirscher. Ein Knirscher gibt es erstmal. So, alles treffen, alles treffen, alles treffen. Und Abfahrt am Ende rüber. Ja, noch ein Schild. Sehr schön, keine Schilder mehr. Soll ans Recht sein. Wir knabbern weiter. Diese Vordertacken machen nicht so viel, aber der nächste Knirscher wird es richten. Schilde ich nicht. Schild. Ach, ich schilde es doch, komm. Ach, Hydro-Pumpe, okay. Einfach mal weggeschildet. Das haben wir beide keine mehr. Spielt sich viel schöner. So hoch zum Knirscher. Hydro-Pumpe hatte ich richtig Energie gekostet. Deswegen komme ich auch früher zum Knirscher. So, rüber damit. Rüber damit. Und Abfahrt. Jo, hat richtig reingehauen. So schön, jetzt der Rest knabbert wir runter. So. Nur noch ein Pokémon. Ah, unser von Garedos. Ja, das haben wir schon gewonnen. Das haben wir schon gewonnen. Wenn er jetzt den Wuchtschlag hat, dann könnte das noch knapp werden. Aber spiel nicht jeder. Nee, du hast nur den Knirscher. Knirscher reicht nicht. Sehr schön. Jetzt reicht noch ein einfacher Nassschweif. Und dann spüren wir dich hier mal weg. Wuchtschlag, da habe ich so ein bisschen Respekt vor. Das tut schon weh. Garedos gegen Garedos bei Wuchtschlag. Sollte ich auch mal spielen, anstatt Knirscher. Aber ich kann mich irgendwo im Knirscher noch nicht so richtig trennen. So, Kampf Nummer 1 haben wir eingetütet. Sehr schön. Hat geklappt. Hervorragend. Kampf Nummer 2. Ja, Freunde. Kommen wir noch mal zum Heute-Start in Halloween-Cap. Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Pokémon ich spielen soll. Ich habe zwar in den letzten Wochen mir einige gute schon mal klar gemacht. Aber solltet ihr vielleicht das ein oder andere gute Team im Petto haben, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und solltet ihr ein gutes Team dabei haben, dann würde ich das die Woche durchaus mal spielen. Und euch dann natürlich auch namentlich erwähnen. Ich danke euch schon mal. So, weiter geht's in den Kampf. Bisaflor. Den sieht man hier nicht mehr oft. Den sieht man hier nicht mehr oft. So, ein Aero-Arzt mal schnell rüber. Ein Aero-Arzt mal schnell rüber. So. Nee, Bisaflor wird hier nicht mehr oft gespielt. Und ja, auch ganz kurz zu sehen. Tschüss dann, ne? Oha. Ja, du spielst ja hier ein richtiges altes OG-Team, nenne ich es mal. Bisaflor, Glurak, Donnerwetter. Sind wir hier in der Hyperliga? Donnerwetter. Na gut, einer löst es, Glurak. Schilde mir mal weg. Deine Loge, keine Norde. Jetzt hast du richtig Energie ausgegeben. Ja, schön ist das. Jetzt gibst du erstmal ein Aero-Arzt zurück. Ich hätte nämlich von dir jetzt auch gerne mal ein Schild. Dann würde ich mich besser fühlen, wenn ich von dir auch schon mal ein Schild habe. Dann spüren wir wieder mit gleichen Waffen sehr schön. Dann gehe ich rüber. Das war mein Stichwort. Oh, Lauchsalot. Ui, ui, ui. Aha. Ist doch wieder eine Loge, keine Norde, nicht wahr? Da muss ich nochmal schilden. Hält alles nix. Lauchsalot hält das nicht auch sonst. Genau. Wäre sonst weggebraten gewesen. Oha, du wechselst. Dragoran. Hm. Damals Laubklingen nicht viel. Weihnachtig allerdings auch nicht. Aber es ist besser als nix. Rüber damit. Dragoran gegen Lauchsalot ist nicht so ideal. Du hast noch ein Schild. Ich komme vielleicht vorher noch zur Attacke. Mal gucken. Ja, schaffe ich noch. Müssen wir uns ein bisschen Kleinkrammissi ranknabern. So einen Finisher-Move haben wir für dich jetzt nicht am Start. Aber gut. Ein bisschen Kleinkrammissi macht ja auch Mist. So, passt ganz gut. Okay. So, du dürftest mittlerweile auch zweimal Drachenklaue am Start haben. Du hast so viel aufgetankt. Das ist schon mal Nummer 1. Das reicht leider schon. Jetzt kriege ich gleich die zweite ab. Aber vielleicht kann ich dich noch mit... Oha, der Scham drückt ja rein. Oha, fast einer hätte schon gereicht. Zweimal den kleinen Scham. Ach, hier, guck mal hier. Oha, hallo, Glurak. Ja, das tut auch weh, ne? Ja, da hat er doch mit einem Schild verloren. Aber gut. Wann hätte er schilden sollen? Meine Scham war einfach zu stark. Schön. 2-0. Wir gehen rein in den Kampf Nummer 3. Wir gehen rein in den Kampf Nummer 3. Feuer frei. Und Abfahrt. In der Führung, wenn du geh gehst. Ah, Reonior. Das ist nicht so schön, würde ich mal sagen. Das gefällt mir nicht so. Du machst mich kaputt. Du machst mich kaputt. Du machst mehr Schaden als ich. Ich muss wechseln. Das Schlimme ist, dann habe ich keinen Wechselvorteil mehr. Und das ist auch nicht auch schon Mist. Ja, Garadoss ist ja auch Mist hier. Boah. Hätte ich nicht nehmen sollen. Aber Lauchsalot, ich weiß gar nicht. Ich habe keine Erfahrungswerte, ob Lauchsalot besser gewesen wäre gegen Reonior. Aber Garadoss war auf jeden Fall auch keine gute Idee. Boah. Das zerstört ja Reonior schon. Meine beiden Pokémon, Togegis und Garadoss. Das ist ja schon gelaufen nach 20 Sekunden hier, glaube ich. Das hast du weggeschillt. Jetzt knapperst du mich sowas nur runter. Nee. Gerade nochmal gewechselt. Ja, danke. Garadoss hat er auch noch. Ja, den Knirscher kann ich vielleicht... Wenn ich jetzt einen Wuchtschlag hätte, aber ich sage es ja immer wieder, den würde er nicht erwarten und nicht schilden, weil den Knirscher steckt er jetzt nämlich ein. Ja. Schade, ich hätte den Wuchtschlag haben müssen. Muss ich echt mal spielen. Aber jetzt kommt der Helle wie ein Kerl. Das ist sowieso erstmal hier die Geschichte mit der ganzen Meisterliga. Also von daher. Naja. Ja, das drückt natürlich schon schön rein. Da knapperst du mich schon mal schön runter. Aber ob er diesen Reonio-Schaden zu Anfang hier nochmal kompensieren können. Kann knapp werden. So, Laufselot. Das muss jetzt schnell gehen. Du musst ihm noch das Schild klauen. Ganz richtig. Aber er schildet hier nicht. Ich habe ja hier auch gar keine Waffen gegen ihn. Die Laufklinge bringt nichts. Da kann man nur hoffen, dass er sich noch nicht so auskennt bei Laufselot und gar nicht weiß, was ich für Attacken habe. Dann würde er schilden. Aber sonst fängt er sich natürlich ein. Ja, kennt er. Guckt das an. Das ist ja. Das ist ja nichts. Das ist ja wie eine Packung Tempotaschentücher rübergeworfen. Das macht ja gar keinen Schaden. Das ist ja. Jetzt versuchen wir es nochmal nach. Tief. Aber pass auf, Jungs. Das macht auch nichts. Das ist ja. Laufselot ist der komplett falsche gegen Draugoran. Das ist leider so. Macht ein bisschen mehr. Aber das ist ja alles nicht der Regel. Der knabbert mich runter. Und das Schlimme ist, jetzt hat er so viel Energie, dass er mein Turgigis in der Luft zerreißt. Ja, guck. Ich hätte noch vor ihm zu Attacken gekommen müssen. Wenn ich vorher noch das Aeroas hätte zünden können, dann, ja, Orkan hast du auch. Das ist clever gespielt. Ja, ja. Aeroas. Aber du hast noch ein Schild. Aber gut, was soll's. Nee, da war nichts zu holen. Das Reonio hat am Anfang einfach für uns zu viel Schaden verbreitet. Das konnten wir dann nicht mehr auffangen. Das war nicht mehr möglich. Okay, Kampf Nummer 4. Weiter geht's. So gehe ich jetzt wieder in der Führung. Ah, Zompax. Moin auch. Ja, da grüßt er noch freundlich. Nett von ihm. So, Zompax. 2, 3, 4. Aqua-Hobbitze. Aqua-Hobbitze. Möchte ich eigentlich gar nicht abkriegen. Oh. Oh, okay. Halten wir aus. Wir haben ein bisschen aufgetankt. Gehen wir rüber. Ja. Lauchse, Leute. Ich hab dich noch gar nicht getestet gegen Zompax. Was kannst du denn gegen Zompax eigentlich? Ja. Erstmal mal ein Schild einsetzen. Aqua-Hobbitze. Wegschilden. Und dann gibt das hier... Ach, schade. Geh doch nicht raus. Ah, Trikaison. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Den sehe ich so selten. Weißt du, wer das ist? Aber den Namen weiß ich gar nicht, wie man ausspricht. So, sei es drum. Gibt erstmal ein Nachttieb. Gut, Herr. Ach, ein Schild. Sehr schön. So, noch ein Schild. Pass auf. So, jetzt gibt es die Laubklinge. Jetzt denkt er nämlich jetzt wieder ein Nachttieb. Und schildet nicht. Und, ja, macht er auch nicht. Sehr schön. Ist zwar nicht sehr verkleinert, aber hier gibt es noch zwei mehr die Laubstange, du. Und dann hat sich das aber sowas von erledigt. So, ja. Ich habe mich richtig liebgeworden, meinen kleinen Laubsalot. Ah, den Nachttieb schaffen wir noch. Den Nachttieb schaffen wir noch, bevor wir uns hier verabschieden mit Laubsalot. So. Und nochmal schnell rüber, das Ding. Ah, aha. Wäre natürlich Laubklinge besser gewesen, aber... Ich musste mich so schnell entscheiden mit dem Drücken hier. Also wäre ich schon vorher weg gewesen. Aber, guck mal hier, ne. Die Scham drücken dir sowas von die Frisur weg. Achso, du hast ja gar keine. Du hast ja gar keine Frisur. Dann werden wir das hier nochmal wegschilden, um ganz sicher zu gehen. Deine Steinkante wollen wir hier nicht einfangen. Das wäre nicht so schön. Hätte so einen Scheitel gezogen. So, jetzt gibt es nochmal iOS. Und dann füllen wir dir hier auch nochmal die letzten Haare weg. So. So sieht das aus. Tschüss dann. So, du hast noch ein Schild. Aber das, ja, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Deine Sofortattacken tun mir nix. Die Aquabitze bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die könnte ich gerade noch so überleben. Das könnte gerade noch so hinhauen. Gerade noch so. Ja, schau ich auch. So. Und dann verlierst du mit einem Schild. Das hatten wir eben schon mal mit einem. Ja. Läuft ja. Schilde. Ich sag ja Schilde, wenn du überbewertet. Braucht doch gar keine. Sehr schön. Gehen wir schon mal 3 zu 1. Das Set ist auf jeden Fall positiv. Egal wie das jetzt hier noch ausgeht. Pennyweiß. Pennyweiß. Hat sich schon mal ein bisschen startklar gemacht für Halloween. Kann man machen. So. Raus damit. Togic ist wieder in der Führung. Aber kurze Hose dran. Na ja, gut. Weißt du nicht wo? Und vielleicht ist es bei mir immer noch warm. So. Ah. Eine Magnetzone in der Führung. Der gefällt mir auch nicht. Der gefällt mir auch nicht. Erlöst ist Magnetzone. Hau doch ab, Mann. Ah. Wechsel hat nicht mehr geklappt. Schade. Ich wollte eben mit Lauchsalot noch ein paar Sofortattacken drücken. So 1, 2. Das wäre gut gewesen. Aber. Ja. Spiegelseibe. Den die Schilden sollen. Ja. So Lauchsalot. So. Er ist sich ganz sicher, weil er möchte seinen Stromstoß noch loswerden. Er will unbedingt mir den Stromstoß verpassen. Ah. Schau, dass der Wechsel nicht geklappt hat. Da habe ich mich ganz kurz um einen verzielt. So. Jetzt bist du abgeschwächt. Gehst du aber raus. War clever. Weil sonst wirst du weg. So. Ach. Tief. Das war doch wieder falsch, ne? Äh. Ich muss mir das merken. Garados. Ich glaube, Laubklinge kommt besser bei dir, ne? Ja. Macht zwar schon. Aber wir testen. Wir wissen sofort. Wir spielen das Back-to-Back. Und dann wissen wir den direkten Unterschied zwischen Nachthieb und Laubklinge. Da waren wir eben nicht ganz sicher. Na, schildet das doch nicht. Mann. So kann ich das noch nicht testen. So kann ich das noch nicht testen. Hm. Tja. Tja. Laubse. Das war es wohl für dich, ne? Schade, schade, schade. Jetzt rüber. Erstmal die Wechseluhr runterlaufen lassen. So. Jetzt ist die Frage. Knirscher-Duell. Ich mache mal Knirscher-Duell. Oder Torgegis. Ich mache mal Knirscher-Duell. Ich glaube, zwar Torgegis wäre cleverer gewesen. Aber es kommt darauf an, ob ich die Attacke vor dir durchkriege. Ja, ich kriege sie zumindest vor dir durch. Gut. Das passt schon mal. Das wirst du nicht schilden. Das wirst du nicht schilden. Sehr schön. Damit bin ich dich schon mal los. So, du hast noch zwei Pokémon und ein Schild. Enge Nummer. So, Magnetzone. Das muss auch noch klappen. Das muss noch klappen. Das muss noch klappen. Ich muss nicht rüberkommen. Guck, 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 guck. Ja. Jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir verloren. Hätte ich das noch geschafft, dich runterzuknabbern, dann, ja, Stromstoß nehme ich komplett raus. Das habe ich verloren. Hätte ich noch runtergeknabbert, hätte ich das noch gewonnen. Trotz dann einem Schild, aber so geht es nicht mehr. Hätte ich vielleicht doch Togekis nehmen sollen und dann wären die Sofortattacken effektiver gewesen. Stahlobohr. Ja. Das hätte jetzt hier auch alles kommen dürfen, aber wieso spielt denn der jetzt hier Stahlobohr? Den kann auch jetzt hier keiner gebrauchen. Das geht nicht mehr, Stahlobohr. Hallo, hau ab, Mann. Ich kriege doch meine Ladattage nicht sofort aufgeladen, bevor du zu deinem Schlagbohrer kommst. Steinhagel auch noch. Stahlobohr. So, sei es drum. Fangen wir schon mal ein. Freunde, wie gesagt, denkt dran, heute Abend Halloween Cup. Ab morgen gibt es dann die Kämpfe. Da passend dazu in meinen Videos die ganze Woche. Ja, packen wir ein, komm, rein damit. So, von Rang 10 haben wir uns schon lange verabschiedet, aber ist auch okay. Das macht uns ein bisschen locker. Dann können wir lockerflockig ein paar Teams testen. Ein bisschen Spaß, Fun und sonstige Sachen in die Videos hier reinbringen. Das wollt ihr doch sehen. So, ein paar Punkte geht sich hoch. Dann machen wir uns diese Season keinen Kopf mehr. Dann würde ich sagen, Freunde, ich bedanke mich wie jedes Mal fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns morgen spooky zum Halloween Cup wieder. Bis dann. Tschüss und ciao. Euer Showtalk. Bye, bye.